Mensch, bald ist Weihnachten. Ist der Adventskalender fertig bei dir? Oh, fast. Zwei Türchen muss ich noch. Das Problem kenne ich. Meine Kinder gucken auch schon, wann es dann endlich fertig ist. Für die Heilmittelerbringer gibt es ja was viel cooleres als Weihnachten dieses Jahr, oder? Ganz genau, die Heilmittelrichtlinien. Genau, die neue Heilmittelerbringer. Bist du vorbereitet? Ich bin immer vorbereitet. Ja, ich auch. Ich habe unseren Heilmittelerbringer hoch und unsere Kunden können auch gut vorbereitet sein. Warum? Weil wir 31 Kurzvideos für euch machen. Ja, wir machen sozusagen den ganz verlängerten Adventskalender, den Countdown auf die Kraftsetzen der Heilmittelerbringer zum 1. Januar. Wann geht es los? Am 1. Dezember. Und wann geht es weiter? Am 2. Dezember. Und dann am 3., und dann am 4., jeden Tag. Neues Video mit einem coolen Vorteil, den die neue Heilmittelerbringer allen Beteiligten bringt. Interessant für Ärzte und Zahnärzte und Physiotherapeuten und Agotherapeuten und Logopin. Und Podologen. Und Stimmensprach-Schlucktherapeuten, Podologen, Ernährungstherapeuten. Ja. Einfach für alle, ne? Genau. Wer unterhaltsam wissen will, wie es weitergeht mit der Heilmittelerbringer, wie es ab dem ersten Jahre losgeht, der guckt einfach jeden Tag ein Video. Also, es lohnt sich auf vielerlei Hinsicht. Es ist eine Fortbildungsserie den ganzen Dezember für das ganze Team. Und es geht immer um die Heilmittelerbringer. Also einschalten und loslegen. Und da unten steht wahrscheinlich jetzt irgendwo im Abwinder, wo man die Videos findet. Wo man die Videos findet. Okay, wir sehen uns bei den Videos. Genau. Achso, jetzt müssen wir feiern, ne? Ja, stimmt. Ja, wir feiern jetzt. Machst du jetzt an? Ich mach an. Im Moment im Moment. Ja, ja, ja!